Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Sleeping Dogs und ja Freunde, Dog Eyes ist jetzt auch eine Suppe, haben wir ja gehört. Das heißt, wir haben eigentlich keine richtigen Gegner mehr, glaube ich. Das war ja der größte Gegner von Winston und ja, wir sollen jetzt eigentlich ins Krankenhaus, aber ich denke, wir... jetzt repariert er gerade in meinem schönen Römer oben. Ähm, wir nehmen unseren City Flitzer. Ähm, wir sollen zum Krankenhaus kommen, aber wir geben diesmal wirklich erst die Statue an. Ich wollte letztmal eigentlich nicht sehen, dass ich die Mission angenommen habe. Gut, die Folge ging auch, weißte, eine halbe Stunde vielleicht, keine Ahnung. Aber ich hoffe, es hat euch gefreut oder ihr hattet Spaß daran, auch wenn sie länger war, denn ich weiß ja, dass in der Regel Folgen nicht so lange geschaut werden, sondern 10 bis 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten, die meisten. Ich hoffe, ihr habt das Spaß gemacht und wir lernen jetzt hier. Und wir lernen jetzt hier. Das ist nicht wirklich komplett. Das ist einfach nicht. Das ist einfach nicht so. Das ist einfach nicht so. Also, ihr wird das Pass, eher von es gehen. Das ist ganz klar. Ich frage, ist das Pass etwas, was wir können, oder ist es etwas, was wir einfach mit uns zu Ende kommen? Ja. Unser Lehrer hat natürlich immer weiße Dinger, die er uns sagen will. Was ist das? Ich probiere mir das. Keine Ahnung. Das müssen wir jetzt natürlich für die Hilfe machen. Das haben wir ja schon gemacht eigentlich, oder? Achso, wir entwaffen die jetzt damit. Okay, ja. Das ist natürlich nicht so schlecht, wenn uns Leute mit Waffen entgegen stehen. So, das bleibt ab. Kommt ich auch nicht. Den Trainer dürfen wir nicht. Oh, halt. Entschuldigung. Ja, das muss man. Zack. Zack. Ja, das ist nicht so schlecht, wenn die mit uns irgendwie mit Messern oder irgendwelche Waffen entgegen sind. Ja, wie viel muss ich denn noch machen hier? Übertreiben kann auch nicht. Toll, ja. Was ist das? Muss ich immer die Felsen hinwerfen? Okay. Kein Problem. Zack. Fertig jetzt bald, oder? Scheint nicht so. Okay, wir haben es geschafft. Ja, wir kommen immer wieder. Natürlich. Du bringst dir was bei, wir bringen dir eine Statue an. Das passt natürlich. Wunderbar. Wir steigen hier gleich ein. Wenn wir den dürfen. Dürfen wir? Danke. Und... Und... Nicht ping beeintreten. Nein, ich möchte wirklich hier... Hauptstory hin, was hier nicht gerade ist. Was jetzt hier alles passiert. Schauen wir mal. Das ist wieder ein kleiner Weg, aber es macht quasi nichts. So, unser kleines Dickglitzer. Passt perfekt hier her. So, okay. Und anzählen. Natürlich müssen wir anzählen. Noch anläufende Klamotten und so. Können wir immer noch nicht wirklich brauchen. Das ist immer noch an Stufe 2. Moment. Moment. Ich hab hier was gesehen. Hab ich den schon? Ach, den hab ich schon. So langweilig. Alles gut, Freunde. Moment, äh... Bin doch nur ich. Fand ich auch recht. Dogeis hat Sammy geheißen. Tut meinen Namen in den Stutz ziehen. Böse, ich... So geht es nicht mehr. Ich bin doch ein ganz Lieber eigentlich. Moment. Moment. Ja. Ja. So. Okay. Dann schauen wir mal. Was... Was uns jetzt erwartet. Bei dieser Museum. Geht doch weg. Lass das. So. Wir geben Vollgas. Ist nicht so viel. Ich brauch mein Lamborghini wieder. Ressens und Lamborghini besorgen. Dafür brauchen wir natürlich auch wieder anziehen. Das ist ein Teufelskreis. Das ist ein Teufelskreis. So. Das ist ein Teufelskreis. So. Oh, 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 oh. Wann ich erwähnt? Muss ich auch klauen eigentlich. Aber... Wie gesagt. Das ist sehr gerade. Hier. Wir brauchen ein bisschen mehr. Das ist doch ziemlich spannend, wie ich finde. Und deswegen... will ich hier so was hier... Oh! Nein! Aua! Verdammtes Scheiß. Wir legen mal... Mit kleinem Auto geht's nicht so gut. Aber wenn... ... der Lamborghini... ... dann bauen wir jetzt nicht. Wir können ja immer ne Scheiße bauen. Ja. Hm. Hm. Polizei Revier. Okay. Ich schätze ein Wummel, dass es ist. Weil da immer ganz viele Kops rumstehen. Donuts erst mal was. Halt. Oh. Oh, halt. Ich mach mit. Ich muss... Ich muss da hoch. Nein! Lass das! Jetzt fahr doch da hoch. Hm. So. Wir müssen natürlich hier hin. Mal sehen, was da kommt. Tradition calls for us to select a temporary chairman. Until you are well, uncle. A man who would continue as you would wish. If they were brazen enough to attack a wedding. We have to assume 18K will be coming after us. I know that you are right. Wait, my boy. Uncle, you're okay. Thanks to you. Sister Jang told me about the troubles between you and Big Smile Lee here. You must stop this fight at once. We must be united against our true enemies. Yes, of course, Uncle Po. Good. Pak Mok. See to it that Wei is formally initiated. He's been a loyal foot soldier to the Sun Han Ji. It's time to make him a Red Pole. Your initiation is Yang Leong. He has been selling to school girls and was ordered to stop. He switched to the 18K instead. Make an example of him. Thank you. I will. If any of your people have not been properly initiated, bring them with you. Uncle, we still need to decide who will lead us. What about you, Pak Mok? You are my greatest friend. You know my wishes better than anyone. Would you not take my place? No, Uncle. I am your advisor. I cannot lead in your place. So, if not you, who then? I am. I am. Tu Qin Cao. He is your true nephew. Your blood. Leikatsip Doyan. Who better to preserve your wishes and keep the family together? Hmm. Tu Qin. Can you handle this responsibility? Temporary chairman? Yes, Uncle. I am ready and grateful for the opportunity. Pak Mok. See that it is done. The one seems to be not so affected by this. Very clear. I will call Jackie. I think he has to be with him. Jackie. This way. Where are you? I am getting a massage, man. Let me tell you, the girls are here. Listen. I got some news. I am on my way over. We got an errand to run. See you in a few minutes. He has to be with him, so to say. They are good. The one over if he is honest. I will not have to be with him. But, we have to do... To get away. That's it! They are good. We have to kill him. We are going to kill him. We have to kill him. I don't see any of them. In the wrong direction. polizeiarbeit ich habe vorfahrt ich bin polizist wie gesagt das spiel hat immer wieder überraschend wir schauen mal jetzt wollen wir unseren freunderspiel ab ein soler ein schäckchen das ist ein soler Wir sind auch bald dran, natürlich. Wir werden nur jetzt schon sein, Schatz, aber... Wir sind nicht so, Schatz. Nein, Schatz. Hey, Wei, ich glaube, ich würde nicht verstehen, ich weiß, es wäre nicht möglich ohne dich. Kein Problem, Jacky. Du willst ein Massage bevor wir gehen? Mein Trick? Komm, Mann! Bestes Weise zu feiern, du wirst nicht glauben, was diese Mädchen können. Ich glaube, ich glaube, Jacky. So, was ist das Errand? Es ist Teil unserer Initiation. Du kennst den Mann? Holy shit! Young als einer von uns, Wei. Er kam in all Prosperity, wie du und ich. Ja. Er hat sich mit Kindern gehandelt. Sie haben ihn ein paar Mal gehalten. Okay. Sie sagen dir viel über die Zeremonie? Es ist ein Problem, es gibt auch Leute, die man kennt. Ihr habt Freunde nach dem. Mann, son on ye, Freunde! Nicht so freundlich behandelt, sagen wir es so. Warum haben wir jetzt so eine Kackhache? Wie viel langsamer, wenn wir uns ein kleines Kack geht. He, endlich hast du sie ausgesprochen, hm? Also, wie geht's? Mann, ich habe sie so hart schreit gemacht. Ich habe das irgendwo geschrieben, dass wenn du eine Mädchen schreitst, sie hätte sie in Liebe mit dir fallen. Ich denke, wenn du lustig bist, dann schreit sie für dich. Gleiches, nicht wahr? Okay, scheinen fettig zu sein. Dann schauen wir jetzt mal. In die Galerie gehen. Okay. Scheint hier zu sein. Hey, wo ist sie? Ach, nö, lass das doch nicht. Nein. Nein. Ich will es eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich das machen, was wir letztes Mal gelernt haben. Aber irgendwie macht er den Trick jetzt. Keine Ahnung. Ja. Egal. Ich bring dir auch so glatt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Lass das doch. Ah. Oh. Guck. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. hier und wo er trotzdem noch weiter schlage gut wir haben hier Aua, was hat das nicht mehr? Autsch. Hm. Ok. Ich glaube das war sein erster Mord. Ich weiß nicht, Mann. Ich habe nie... Scheiße, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß, ich weiß. Was ist... Ich weiß nicht, meine... Meine Hände sind schockiert, Mann. Schau, schau einen Ratsch, Jacky. Schau, Mann. Habt ihr den Blick in den Manns Augen gesehen? Ich habe nicht erwartet, dass es so sein wird. Ich habe immer gedacht, wie es aussieht. Ich wusste nicht, wie es mich fühlt. Ich kann es in meinem Körper fühlen. Scheiße, Mann. Ja, Jacky scheint aus wie eine gute Säge zu sein, wo einfach irgendwie da rein gerutscht ist. Die ganze Scheiße. Ah, nicht schön, ne? Aber jetzt müssen wir da zusammen durch. Ich weiß nicht. Ist es fertig? Es ist fertig. Gut. 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 Die Sonne an Yeh wird nicht sterben, die Sonne an Yeh wird nicht vergessen. Es schützt seinen Sonn mit Wealth, Status und Honour. Es schützt ihre Unternehmen und ihre Familien. Es schützt ihre Kinder, als wenn sie ihre eigenen sind. Unsere Bruderhöhre betrifft unsere Enemies mit Schmerz, Schmerz und Schmerz. Und niemand schützt mehr als ein Traitor. Die Sonne an Yeh werden nicht sterben, sondern schützt die Schmerz. Und nicht sterben, die Sonne an Yeh werden. Und die Sonne an Yeh werden, die Sonne an Yeh werden. Sie werden sich von der Sonne an und schützt die Schmerz. Und die Sonne an Yeh werden. Es gibt 32 Oaths. Mit ihnen sind Sie zusammengezogen. Mit ihnen werden Sie Sonne an Yeh werden. Bereit zu Beginn? Wird ziemlich ernst genommen, aber dass die sich um die Familie kümmern, überhaupt nicht. Ob das so stimmt, ich weiß nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall 100.000 Hongkong-Dollar bekommen, sagen wir mal. Aber den Hausbrot und Fallag dazu hauert Tuchin Tsao. Okay, wunderschön. Und Raymond schreibt uns schon wieder, dass das schon wieder was Neues für uns hat. Wir sollen uns in einer Stunde treffen. Yay! Ich weiß nicht, aber warum nach ihm? Er ist nicht Sonn an Ye. Für den Sonn an Ye, wir müssen die Leute, die sie unterstützen. Cut off die Revenue Sourcen, Dismantle die Netzwerk. Das ist wie wir ihn woherzeln. Sonny's Revenue Stream ist massive, und vieles ist zu Sonn an Ye. Ich sehe was ich, Raymond. By the way, du hörst nichts über Dogueyes? Er scheint zu haben. Ich habe nicht gehört. Oh, und bevor ich vergessen, Jacky Ma, wir holen ihn in. Jacky? Was ich in Ihren Reporten habe, ist es ein guter Info. Und es wird schwierig, ihn zu sprechen. Wir brauchen Sie ihn für uns. Das macht keinen Sinn. Er ist niemand. Er ist ein Kriminein. Du bist ein Kriminein. Ich hätte es ein Rekord verletzt, aber es scheint, dass du dich verletzt hast. Ich bin nicht verletzt hast. Ich bin nur ein fucking Idiot, okay? Er ist ein Teil meiner Cover. Er hat mich in. Er ist derjenige, der mich für mich verletzt hat. Und jetzt bist du so hoch, du nicht ihn brauchst. Er hat seine Worte ausgelassen, also wir holen ihn in. Ich nehme das mit Pendrup. Das kam von Pendrup. Taking ihn in accomplishes nichts. Und es macht mein Job schwerer. Ich mache es nicht. Du hast keine Wahl. Okay? Es ist eine direkte Ordnung. Ja? Direkte Ordnung? Das ist eine Ordnung, dass du direkt auf deinen Arsch schlagen kannst, Raymond. Jetzt wollen sie auch noch Jackie festnehmen, natürlich. Unseren eigentlich einziger richtiger Freund. Öffn deine Augen, Raymond. Ich bin Winston. Das ist, was mich überrascht, Wei. Du bist einer von ihnen. Und wir haben wieder Albträume. Yay. Ach, Leute. Es entwickelt sich alles ein bisschen schwierig hier, ne? Muss ich sagen. Ein Ärger nach dem anderen. Und irgendwann sollen wir schon wieder anrufen. Und wir haben schon wieder eine neue Bude. Was steht hier los? Das kriegen wir gar nicht so richtig mit. Können wir hier trainieren? Ne, können wir nicht. Schade eigentlich. Ja gut, wir sind jetzt aufgestiegen. Gut. Wei ist leicht erregt. Wieder mal. Wie in fast jeder Folge zum Ende. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.